Wir singen Raimundo Ponte Raimundo Ponte Wir singen Raimundo Ponte Raimundo Ponte, wie ihr schon gehört habt, ist das Mal Gast in den 12 Fussballbahnen Kaiser Franz in Zürich und er erzählt von seiner grossartigen Spielerkarriere, die ihn über Brian Clough, Roger Milla, Bastian, über brutale Heimspiele und über sehr originelle Trainermethode schwadrugieren lassen in der 12 Fussballbahnen. Nicht verpassen, Raimundo Ponte Raimundo Ponte Wir singen Raimundo Ponte Die Fussballbahnen Heute 19 Uhr im SSF Wir singen Raimundo Ponte